Ja, nächster Versuch. Ich schneide es euch zusammen. Keine Sorge. Äh, ja, wir sind gerade hier am Bauen und wollen mal schauen. So, wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Schiene bearbeiten. Jetzt geht es wieder rund hier. Keine Ahnung, warum mein Handy das gemottert. Was ist da schon wieder los? Ach, ihr seht auch trautstoffen da. Warum sind sie da so laut? Das kann ich leider nicht ausschneiden, die Lautsteller. Du bist mir auch leid. Ach, Mensch. Mensch, genau das, was ich nicht weghaben will. Das ist immer, wenn man hier rumludert. Ihr wisst, was ich meine. So. Mach mal wieder ein, äh, Dingsfuß hin. So, verbinden das. Und die Gäste sollen ja auch hier vernünftig hin. Also, die sollen ja vernünftig nachlaufen können. Der ist ja ein Baum, aber das auch einigermaßen vernünftig hier. So gut wie es geht. Ich hoffe, das hat jetzt hier nicht so doll gestört. Und, ich glaube, das war hier auch nur verbunden. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja. Ähm. Hunger. Ja. Ja. Ja, Mama. Wissen wir. Ich weiß nicht, warum ich immer Mama zu denen sag. Wenn ich schon wieder an irgendwelchen anderen Kragen bin, vergesse ich immer die Saurine. Das sollte erstmal auch reichen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Wasser ein. Den können sie hier schön trinken. Und hier. Ja. Weiß ich. Danke. Den gibt man mal hier die Beute. Hier machen wir einmal Beute hin. Und hier machen wir, äh. Futter hin. Aber das müssen wir jetzt passen. Das verursacht Stress. Und der ist weder für sie. Ja, den muss ich jetzt mal erkunden. Das ist gut. Glaub mir. Ja. Glaub mir. Ja. Und der fühlt sich ein bisschen unwohl. Weil, ähm. Ja. Wie gesagt. Der fühlt sich unwohl. Weil, der ganz alleine ist der Gute. Und weil ich die anderen vergessen habe. Hm. hin zu transportieren. Mal wieder. So. Während der transportiert wird, machen wir mal das Gelände ja ein bisschen geschmeidiger. So. Hm. So. Und wir glenden hier auch einmal schön fein rüber. Dann fällt das hier gar nicht so doll auf. Und nächstes mal muss ich wirklich, äh. Wasser einigen. So, es geht. Obwohl das schon ziemlich nützlich ist. Diese Einstellung. Aber. Hm. Man kann ja alles machen. So. Dann werden wir mal gucken. Äh. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Ich will jetzt geschwungen haben. Äh. Warte. Das ist ein bisschen steil. Ähm. 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 Ja. Das ist was wir machen. So. Hm. 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 So. Dann führen wir hier das einmal rum. Ja. Einmal rum. Und dann ist gut. Dann machen wir jetzt kein großes Tamtam drum. Wir verbinden das hier einmal vernünftig. Und dann ist gut. Vielleicht werden es noch zwei Videos. Ich weiß es noch nicht. Eigentlich soll das eins sein. Aber. Ach ihr. So wie es ist. So. Und wenn es nicht ganz gleichmäßig ist. Dann macht das nichts. Ich krieg das erstes nicht so geschmeidig hin wie andere. Dann ist es so. So. Wir müssen uns auch gleich wieder um die Dinos kümmern. Wie können wir die Dinos? Das ist die Befugel. Ja. Aber nicht durch. Na gut. Endet da die Straße. Ich hoffe. Wir kommen da eine andere Seite. Andere Seite durch. Oh ja. Ich bin. Ganz gut. Beide Dinger. Und wenn es dann ein bisschen steiler ist. Und die Besucher werden es hoffentlich übernehmen. Ja. Die übernimmsten. Sind bestimmt auch ein paar gute Bergsteiger. Weil wenn es mal. Und den Kindern kann man helfen. Und selbst wenn man den Kindern nicht so gut helfen kann. Sind immer noch Erwachsene. Die können mit Sicherheit dem helfen. Und das ist. Das ist nun so. So. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich sieht das hier schon ganz gut aus. Das ist nicht so steils. Aber hier könnte man noch ein bisschen. So. Hm. Ja. Das sieht schon besser aus. Dann ist es hier nicht so doll. Ähm. So. Das sieht doch ganz vernünftig aus hier jetzt. ist. Also das was ich jetzt hier schon immer gegrittet habe. Das Stück. Ja. Hier ist ein bisschen steil. Da kann man hier noch ein bisschen anpassen würde ich sagen. Das ist gut. So. So. Jetzt passt das. Das ist. Das ist. Na hier oben könnte man noch mal. so. Ja. Ja. Wenn man es vernünftig nochmal überglättet. so. So. Jetzt. ganz schön. Attraktion müssen wir ja auch noch rein lassen. Aber darum kümmern wir uns gleich. ouch. hm. Erutscheidler. Babuitcheid. Das ist bitter. Wir haben es doch gerade eingestellt. nenn wir mal. Wir haben hierbei auch ein Gehege. Nein, nicht Gehege. Ach, wer ihr wisst, was ich meine. Hm, es ist nicht so ganz so dämlich aussieht. Ja, so ist es besser. Das ist besser. So. Und jetzt ist es wieder vernünftig. Ich habe es so gut wie es geht, ich habe es gemacht. So, jetzt kümmern wir uns erst um die Sache. Ja. So. Ja, genau. Du bist krank. Obwohl ich krankhäuten ausgeschaltet habe. Äh, ja, ne? Ich bin krankhäuten. Sorry. Sorry. Ich will mal lesen. Ich bin krankhäuten. Ich bin krankhäuten.